Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Irrlehre ist ein krasses Thema. Also reden wir drüber. Top 5 Irrlehren, die jeder Christ kennen muss. Kommen wir gleich zur Sache. Platz 5. Der Modalismus. Modalismus ist eine Irrlehre, die im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Eine Irrlehre, die auch heute noch weit verbreitet ist. Eine Irrlehre, die das Wesen Gottes betrifft. Es geht also darum, wer Gott eigentlich ist. In der Bibel lernen wir Gott kennen als drei unterscheidbare Personen in einem Wesen. Übrigens, darüber haben wir auch ein eigenes Video, die Dreieinigkeit in drei Minuten erklärt. Ich verlinke das mal in der Videobeschreibung. Also drei unterscheidbare Personen, ein Wesen. Der Modalismus lehrt aber etwas anders. Der Modalismus lehrt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist ein und dieselbe Person sind, die sich nur auf drei unterschiedliche Arten und Weisen präsentiert. Also Gott hat dann verschiedene Modi. Deshalb Modalismus. Im Prinzip ist es so, als wären Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Masken, die Gott anzieht. Und je nachdem, wie er drauf ist, taucht er mal als Vater, mal als Sohn und mal als Heiliger Geist auf. Und diese Lehre widerspricht der Bibel, weil sie ein falsches Gottesbild hat. Kommen wir zu Platz vier. Das Wohlstandsevangelium. Das Wohlstandsevangelium ist eine Irrlehre, die so im letzten Jahrhundert vor allem entstanden ist und sich weit verbreitet hat. Das Wohlstandsevangelium lehrt, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du reich, gesund und erfolgreich sein in dieser Welt. Und wenn du diese Dinge nicht erlebst, dann bedeutet das, dein Glaube ist zu schwach oder dein Glaube ist dann zu klein. Dein Kranksein, deine Armut, dein Leiden, das ist dann alles deine Schuld, weil du nicht genug Glauben hast. Das wirklich Durchtriebene an dieser Lehre ist, dass die meisten Vertreter des Wohlstandsevangeliums lehren, dass die Größe deines Glaubens sich daran messen lässt, wie viel Geld du ihnen zuschickst. Sie sagen dann, du musst mehr Gott vertrauen, du musst mehr glauben, indem du Geld an mich spendest. Aber diese Menschen sind nicht reich, weil Gott sie segnet. Sie sind reich, weil sie erbarmungslos Menschen ausbeuten. Und eines Tages wird Gott sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Das Wohlstandsevangelium verspricht Gesundheit und Reichtum und Erfolg und ein richtig angenehmes, bequemes Leben. Jesus hat mal gesagt, Matthäus 7, Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das Wohlstandsevangelium dreht diese Sache einfach um. Es führt die Menschen auf den breiten, bequemen Weg und behauptet, dass dieser Weg zum Leben führt, obwohl er ins Verderben führt. Platz 3. Die Allversöhnung. Allversöhnung ist eine Irrlehre, die schon sehr alt ist und eine Irrlehre, die es in sehr vielen Facetten und verschiedenen Abstufungen gibt. Was sie im Kern lehrt, ist, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Und das widerspricht dem Wort Gottes direkt. Jesus warnt im Neuen Testament immer und immer wieder davor. Wer in diesem Leben nicht umkehrt und glaubt, der wird für seine Schuld bestraft und in die Hölle geworfen werden. Jesus spricht sehr oft über die Hölle in den Evangelien. Der Grund dafür, warum die Lehre der Allversöhnung für uns Christen so verlockend scheint, liegt vor allem daran, dass wir so in der Tiefe nicht wirklich begreifen, wie schlimm Sünde eigentlich ist und wie heilig Gott eigentlich ist. Wenn wir diese beiden Dinge wirklich verstehen würden, würden wir die Allversöhnung viel schneller als das entlarven, was sie ist, nämlich eine schreckliche Lüge. Platz 2. Der Arianismus. Arianismus ist eine Irrlehre, die auf Arius zurückgeht, daher der Name. Arius hat im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt und er hat gelehrt, dass Jesus nicht Gott ist, sondern ein Geschöpf Gottes. Das ist etwas, was die Zeugen Jehovas und die Mormonen übrigens auch glauben. Diese Irrlehre widerspricht vollkommen der Bibel. Jesus sagt über sich selbst, wer ihn sieht, der sieht den Vater, weil er und der Vater eins sind. Und deswegen gibt es auch so starke Parallelen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Gott sagt im Alten Testament zum Beispiel, er ist ein Hirte, er ist ein Licht, er ist ein Fels. Er ist der Herrscher der Welt, der Richter der Völker, er ist der Bräutigam seines Volkes, er ist der Anfang und das Ende. Und Jesus sagt im Neuen Testament all diese Dinge auch über sich selbst, weil er Gott ist. Und Jesus vergibt im Neuen Testament Sünden und er wird im Neuen Testament auch immer wieder angebetet, weil er Gott ist. Kommen wir zu Platz 1, der Top 5 Irrlehren, die ein Christ kennen muss. Platz 1 geht an das progressive Christentum. Das progressive Christentum ist eine neumodische Erscheinung, die in verschiedenen Formen und Facetten auftritt. Im Zentrum dieser Irrlehre steht die Ansicht, dass das Christentum oder die Inhalte des Christentums veraltet sind und sich weiterentwickeln müssen, um zeitgemäß zu bleiben. Die Bibel selbst wird dabei als ein progressives Werk betrachtet, als etwas, das sich weiterentwickelt hat und weiterentwickeln muss in unserer modernen Zeit. Die ethischen Normen und Ansprüche, so wie sie in der Bibel stehen, die Dinge, die Gott über die Ehe sagt und über Familie sagt, über Sexualität sagt und über andere Lebensbereiche sagt, diese Dinge sind laut dem progressiven Christentum veraltet und müssen, wenn sie in die Moderne übertragen werden, an die Moderne auch angepasst werden. Das progressive Christentum tobt sich dabei vor allem in den Bereichen der Sexualethik aus, aber eigentlich macht das progressive Christentum vor gar keinem Gebiet Halt. Letztendlich, wenn man das progressive Christentum durchleuchtet und auf das runterbricht, was es ist, dann steht dahinter die uralte Frage, die der Teufel ganz am Anfang der Bibel stellt, nämlich, hat Gott wirklich gesagt? Das sind sie also, die Top 5 Irrlehren, die jeder Christ kennen sollte. Und ich weiß, es gibt noch mehr. Welche habe ich vergessen? Schreib es mal in den Kommentaren. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das gerne und like auch das Video. Wir sind die Stadtmission Nidda, die Gemeinde am Fluss. Wenn du uns näher kennenlernen willst, dann schau am besten mal im Gottesdienst vorbei, Sonntag morgens um 10.30 Uhr. Mein Name ist übrigens Joe, ich bin der Pastor dieser Gemeinde. Sonntag morgens 10.30 Uhr live hier auf dem YouTube-Kanal oder auch gerne hier vor Ort in der Johanniterstraße 15 in Nidda. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.